Vielleicht machst auch du Anleitungsvideos für deine Online-Kurse oder für deine 1 zu 1 Kunden und es gibt verschiedenste Tools, um das eben zu bewerkstelligen. Eines davon, nämlich loom.com, das ist gratis zu verwenden und damit kann man auch wunderbare Screencasts machen. Das heißt, du kannst deinen Bildschirm abfilmen. Aber wie schaut es eigentlich aus, wenn du deinem Kunden eine Anleitung für sein Handy, das heißt für irgendeine App machen möchtest? Das kann unter Umständen recht mühsam sein und deswegen finde ich es großartig, dass loom inzwischen eine App herausgegeben hat. Das ist diese hier herunten, geht derzeit leider nur für iPhone. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch irgendwann für Android möglich sein wird. Du könntest natürlich mit deinem iPhone auch völlig ohne App eine Aufzeichnung machen, ein Video machen von deinem Screen und zwar hier herunten über dieses Icon. Das funktioniert jetzt nicht. Ich habe das ausprobiert. Das große Problem daran ist, dass du dann erstens das Video erst mal auf deinen Computer zur weiteren Bearbeitung hochladen musst und das viel größere Problem, dass die Synchronität zwischen dem Bild und der Sprache einfach nicht hinhaut. Ich habe es jetzt vor kurzem wieder ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, es wird etwas Besseres kommen. Ist aber nicht der Fall. Und umso glücklicher macht es mich, dass eben Loom jetzt eine App herausgebracht hat. Was brauchst du? Natürlich ein Gratis Loom Konto. Das ist, glaube ich, klar. Und dann kannst du dir die App herunterladen. Dieses Gratis Loom Konto ist einfach notwendig dafür, dass es gleich hochgeladen wird, was natürlich auch wesentlich angenehmer ist. Gut, wir starten mal die App Loom. Und da muss ich mich natürlich zuerst anmelden. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann kannst du von hier aus auch einen Gratis Account anlegen. Aber ich werde mich mal einloggen mit E-Mail. So und jetzt wechsle ich auf den Screen und gehe auf Rekord Screen. Mikrofon kannst du hier einschalten und die Übertragung starten. Und jetzt wird der gesamte Bildschirm aufgenommen. Wir machen das nur ganz kurz. Und jetzt läuft die Übertragung. Das schaut dann so aus. Dann klickst du auf Übertragung stoppen. Ich habe mich hier schon eingeloggt und die Übertragung beenden wir. Und das Schöne ist, du siehst hier das Uploading. Das Schöne ist eben, dass wenn du einen Loom Account hast, dass du dann hier online direkt das Video hast, dass du entweder per Link weitergeben kannst oder dir herunterladen kannst. Wir warten jetzt bis er fertig ist, damit ich dir das auch noch zeigen kann. So du siehst hier, es wird hochgeladen. Es dauert ein bisschen Ewigkeiten und deswegen machen wir das jetzt anders und nehmen ein älteres Video, das ich aufgenommen habe. Und du wirst gleich hören. Ich mache es mal ganz laut, dass auch der Ton mit dem Bild zusammenpasst. Hallo Frank, du siehst also, ich bin jetzt mit Loom am iPhone und kann aufnehmen, was sich da Lustiges tut auf meinem Bildschirm. Das Ganze wird dann auch in Loom hochgeladen. Dauert ein bisschen und dort kann man sich es auch anschauen. Finde ich eine coole Geschichte. Also Ciao. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, das Hochladen, das dauert ein bisschen länger. Du kannst dir dieses Video kannst du entweder teilen oder du kannst es auch herunterladen und dann anderweitig verwenden und zum Beispiel in einem anderen Programm noch schneiden. Damit wünsche ich dir viel Spaß beim Erstellen von Anleitungen von deinem iPhone und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Bis dann. Ciao.